Guten Morgen! Mittwoch, 17. August. Auf dem Weg von Storien nach Trieste zum Airbnb zur Francesca. Miriam wird mich inschecken, da hat es geheissen. Hier in Storien hat es mir schon sehr gut gefallen. Also vor allem die Tici da neben mir. Die Lehrerin, Mathematik und Tici. Früher mal Sport. Sie geht auf Kroatien. Das könnte meine Entscheide, in welche Richtung das weitergeht, vielleicht auch noch ein bisschen beeinflussen. Man befährt sich ja immer zweimal im Leben. Ja, mehr sagen wir mal nicht. Kriest liegt mir zu Füssen. Juppie, es geht nur noch nicht schick. Ich bin gerade da. Juppie, es geht nur noch nicht schick.